Die NATO-Minister Die NATO-Minister Die NATO-Minister Die NATO-Minister Die Einheit, die Kampfer zu schonen, dann wird in der Welt in der Frieden sein. Aus Washington schreit es Sanktionen, hört, hört ihr's nicht? Embargo, Bestrafungsaktionen, hört, ja hört ihr's nicht? Das alles im Namen der Menschlichkeit, sie sind für Profit zu allem bereit, es rüstet die schwärzeste Reaktion gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter bauen, fester die Waffen, heut ist das Heilige Pflicht, dass sie die Verbrecher, Verbrechen beginnen, das Volk ihrer Waffen zerbricht. Heute ist der Sozialismus Weltmacht, heut stehen die Völker nicht mehr allein, nun fester die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Nun fester die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein.